Wow. Alter. Was? Was soll ich mir ansehen? Ach da. Wow. Ehrlich? Oh Gott. Oh Gott, ist der süß. Oh Gott. Nein, echt jetzt? Oh Gott. Ja, komm mal her. Okay, ich sehe meine Hände nicht. Oh nein. Oh mein Gott, ist sehr süß. Leute, wenn ihr das sehen könntet, ne? Bleibt zurück. Ja, komm mal her. Nein, das passt schon, das passt schon. Das ist niedlich. Ah, komm her. Äh, halte links und drücke das. Na komm her. Oh. Ah. Nein, das lieb. Oh Gott. Ja, was denn? Ja. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Oh Gott, ist das süß. Scheiße, ist das Ding süß. Ah, geil. Drei Monate später? Okay. Oh. Guten Morgen, Robin. Ja, moin. Gut, dass du wach bist. Ohne dich ist das ziemlich langweilig. Du weißt doch, wie ich bin. Ja, das ist... Ich werde leicht existenzialistisch, wenn ich mich nicht um jemanden kümmern kann. Ach, endlich habe ich meine Hände. Geil. Ähm. Berühre. Oh. Oh. Alter, ist das ungewohnt. Ach, so gehen zu müssen. Eieiei. Okay. Oh Gott, ist das ekelhaft. Naja, ist egal. So, was haben wir hier? Mit Objekten zu interagieren. Eieiei. So, da können wir uns bewegen. Pausen-Mini. Ah. Interagieren-Laser-Pointer. Achso, hier. Ah, okay. Wieso rufst du nicht nach Überlebenden? Nimm dein Notfallfunkgerät. Vielleicht hört dich heute ja jemand. Ne, ne, du musst grad nicht sein. Seitdem, wir müssen das gleich ausprobieren. Außer mein Funkgerät. Oh, ist das ekelhaft. Okay, hier können wir irgendwie... Wow. Alter, wo sind wir jetzt? Fortschrift, Karte. Nein. Ich will wieder raus. Nein, ich will wieder raus. Ich will wieder raus. Äh. Raus. Ah, sehr schön. Okay. Was haben wir hier? Okay, da können wir nicht... Okay, warte mal. Zurück ist da. Ah, okay. Oh, mit der Steuerung muss ich mich noch echt gewöhnen. Oh, geil. Guck durch diesen Fischern. Kann ich da rein? Ja, schade. Ich kann ihn leider nicht berühren. So, wir müssen raus. Richtig? Hallo. Achso, ich muss... Ah, jetzt. Jufz-Esmeralda. Ja. Bei einem Absturz hat Ihr Überleben oberste Priorität. Sehr schön. Suchen Sie dann den Rest der Crew. Vergewissern Sie sich, dass die Notpositionstransponder der Kapsel und Ihres Anzugs aktiviert sind. Das hoffe ich doch. Ja. Haben wir. Haben wir alles. Okay. Ja. Immer doch. Immer doch. Mach ich's, sweetheart. So, wir müssen raus, würde ich jetzt sagen. Okay. Oh Gott, wir gehen raus. Boah. What the fuck? Alter. Eigentlich nicht. Ja. Mal gucken. Wie? Welches Tier? Hier. Okay. Hallo, Laika. Mach ich doch. Laika? Laika? Ey, Laika. Das Vieh ist in seiner Höhle. Versteckt sich aus Scham, nehme ich an. Oh, jetzt sag mir bitte nichts. Wir haben was zu tun, bevor du mit deinem Haustier spielen kannst. Nein, ich will jetzt... Nein, ich will jetzt... Wieso hörst du nicht auf mich? Hä? Diese Dinosaurier sorgen dafür, dass das Tor zu ist. Das Tor geht erst auf, wenn diese Tiere weg sind. Ach so, okay. Vielleicht könnte dein Haustier doch mal nützlich. Dann holen wir es mal, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Er hat gesagt, wir sollen uns umgucken. Jetzt kommen wir nicht weiter. Also gehen wir... Okay, da kommen wir zur Farm. Wo ist denn die Höhle? Das... Ah, das Wix. Ja, unser Sturmproblem betrifft auch das. Das ist ein Dino. Um schwere Objekte zu heben, können wir nicht viel reparieren. Okay. Mal gucken. Okay, ich kann hier irgendwie gar nichts machen hier mit dem Dingenskirchen. Wenn das Wix nur online wäre, dann könntest du das aufheben. Halte. Ähm, nein. Das wird nicht klappen. Geht nicht. Nee, merke ich auch gerade selbst. So, hier ist doch irgendetwas... Eingesperrt von einem Stück... Da! Meine ich doch. Zu dumm. Hallo. Du kannst es erst rauslassen, wenn wir das Chaos beseitigt haben, das es angerichtet hat. Ja, aber wie kann ich das denn... Deine Freundin kommt sicher erst heraus, wenn wir das Chaos beseitigt haben. Ja, hab ich. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Das Ding ist kaputt. Äh, hier... Kannst du hier nicht mal irgendwas machen? Das funktioniert nicht. Was ist das denn? Guck mal, das lädt sich auf. Seht ihr das? Guck mal, jetzt. Vielleicht jetzt? Nee. Wir lassen das mal komplett voll laden. Vielleicht geht das dann. Ja, ja, warte, es lädt sich noch nicht komplett voll. Ich hole dich gleich da raus, ja? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, immer abwarten, ja? So, es lädt noch. Es lädt noch. So, guck mal, jetzt ist es voll. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Es funktioniert nicht. Es funktioniert mehr. Es funktioniert nicht. Es geht sofort immer weg. Ja, das ist schlecht. Leute, ich würde es gerne machen, aber irgendwie... Geht nicht. Mal gucken. Ich versuche es mal hier mit. Das geht, oder was? Das ist ja komisch. Komm, wir gehen mal hier hin. Das wird nicht stoppen. Aber warum nicht? Kannst du mir jetzt mal bitte sagen, warum? Warte mal. Lass uns überlegen. Also, das funktioniert nicht. Dafür haben wir zu wenig Power. Für sowas haben wir gut Macht. Weißt du? Das wird nichts. Aber warum denn nicht? Sag mir doch bitte. Gib mir mal Informationen. Komm, wir suchen mal kurz. Wir gehen mal da vorne. Mist. Die Stromerzeugung ist suboptimal. Die Wasserturbine ist defekt. Ich gehe hier lang. Okay, wir befreien unseren... Oh Gott. Komm mal her. So, was haben wir hier? Das wird nicht klappen. Warum? Ähm, nein. Versteck dich doch. Geht nicht. Okay. Verstehe ich. So, was haben wir hier? Keine Ahnung. Die Turbine muss gereinigt werden. Los geht's. Welche Turbine? Alter. Das Ding hier oder was? Wo ist er denn? Ich folge ihm mal, ey. Ohne Witz. Das kann ich angehen. Auf jeden Fall irgendwas am Wasser. Ich habe da vorn was gesehen. So, da gehen wir jetzt ran. Alter, sieht das geil aus. Leute, wenn ihr das sehen könntet, ne? So, die da. Was haben wir hier? Ja, das sieht doch gut aus. Was ist das da? Ich weiß echt nicht, was das ist. So, da gehen wir mal hin. So. Das muss gereinigt werden. Sieht doch gut aus. Ich weiß gar nicht, was du hast. Achso. Uh. Ja, sehr schön. Hier, zack. Hey, das ist ja geil. Einfach hochheben und wegschmeißen. Ja, sehr schön. So. Ja. Ja, sehr schön. Nee. Echt jetzt? Zeige auf, Higgs. Ja. Oh. WTF, was ist das denn jetzt? Okay. Da fliegt es in 30 Prozent. Da fliegt gar nichts mehr hin. Hm. Das ist ja komisch. Also. Da. Da soll was hin. Fokussiere die Linien und drücke, zack. Ah. Dahin. Dahin. Warte mal, so. 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 Das war's jetzt. Jetzt müssen der Strom wieder perfekt fließen. Sehr schön. Das Wix ist bald wieder online. Und jetzt wieder zurückgehen? Ja. Jetzt verstehe ich das langsam. Ah. So. Das sollte passen. Jetzt können wir endlich mal die Kiste wegrennen, damit wir unseren kleinen T-Rex kriegen. Kann man hier auch rennen, Higgs? Nee, ne? Wo ist er denn? Higgs? Ach da. So, hier können wir wahrscheinlich Sachen hochheben, die etwas schwerer sind, sag ich doch. Und ich dachte mir schon, warum geht der Scheiß nicht? Das nächste Mal höre ich mal zu, was Higgs sagt. Da ist er doch. Oh. Ja. Oh, ist er groß geworden. Hast du gehört? So, dann komm. Komm mal her. Leica, bleib. Hast du es schön gemacht? Hast du es schön gemacht? Ja. Ja. Okay. Ich kenne den Weg. Okay. Verstecken sollen wir jetzt spielen, oder was? Okay. Machen wir jetzt. Wir müssen uns verstecken, Leute. Oh, es kommt hinterher. Komm. Simples Tier, simpler Ege. Okay. Da, da ist es wieder. Ich hab dich gesehen, Alter. Leica, sollen wir verstecken spielen? Es ist zu weit weg. Ruf es her. Halte links gedrückt und drücke nach unten, um zu rufen. Hey, komm her. Komm. Na los, komm. Komm her. Jetzt kannst du das Versteckspiel starten. Oh, ich bin aus. Oh, ich bin aus dem Abend. Und zwar genau den da. So. Ich muss mich jetzt verstecken, oder was? Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ah, so. Ich komme. So, wo hat das kleine Ding sich dann versteckt? Hm. Wo hat es sich denn versteckt? Kommt, Mann, da ist sie drin. Oh, Gott. Nein, du sollst sie spielen. Du sollst sie verstecken. Das ist eine Hitzeinheit. Schiff dein Brust hier weg von ihr. Bevor es sie ernsthaft beschädigt. Sie enthält wertvolle Daten. Wir sollten sie sofort scannen, Robin. Okay. Ja. Hab ich. Mach ich doch. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Robin, könntest du die Einheit scannen? Mach ich doch. Wir sehen, ob dein Haus hier Datenkerne zerstören kann. Falls ja, sollten wir alle große, große Angst haben. Wertvolle Information. Ach so, jetzt. Hm. Wie ist sie hergekommen? Man wird doch nicht einfach ins Lager gerät. Das war sie ja nicht. Hier muss sie hergepast haben. Da sind Bissspuren an der Außenhülle. Ach, Quatsch. Das war an ihr herumgekaut. Ach. So. Man die noch auch mal scannen. Oh. Schaut alles gut zu sein. Aber wir müssen jeden einzelnen grünen Punkt da einsaugen, oder was? Ach so. So, die zwei. Na los. Komm ran. So, warte mal. Da ist einer. Da ist einer. Komm. Da vorne noch. Am Bauch. Mach deinen kleinen Finger weg. Sehr schön. Na komm. Am unteren Bein auch noch. So, unterm Arsch. Gut gemacht. Sehr schön. Puh. So, jetzt das Ding hier noch. Das ist... Nee. So, sehr schön. Das haben wir geschafft. Was ist jetzt das? Esmeralda, Commander? Ja. Hallo? Hallo? Hier spricht X-Kolonieeinheit 11886 von der autonomen Go-Ahead-Sonde. Ich kann melden, dass wir Tyson 3 erreicht haben. Okay. Derzeit dringen sämtliche Landwirtschaftskapseln in die Atmosphäre ein. Ja. Da wir sie seit Jahren nicht erreichen konnten, haben wir umgehend unsere eigenen Landeprotokolle initiiert. Ich denke, der Fehler liegt auf unserer Seite. Etwas muss uns im Raum zugestoßen sein. Das ist blöd. Das ist blöd. Okay. Habe ich sie aufgenommen? Gehen wir wieder weg. So. Diese Jungs haben einen Landeplatz gebaut. Wenn unsere Crew da draußen ist, werden sie dort die Kolonie gründen. Die Regseinheiten können uns sagen, wo sie sind. Es muss noch mehr geben. Finden wir sie. Oh. Der ist so süß. Die Daten hier deuten an, dass noch drei in der Nähe sind. Ja. Hier entlang. Okay. Komm mit. Ach so. Da müssen wir lang. Hier. Kommst du mit? Ich schicke es zum Tor hier. Diese Tiere sorgen dafür, dass das Tor zu ist. Ja. Ich mach schon. Kommst du her? Ah. Was suchst du denn da schon wieder? Okay. So. Halte rechts, um den Laserpointer zu aktivieren. Ach so. Leica. Komm mal her. Um uns dort hinzuschicken, oder was? Halte Dings und drücke. Zack. Wohin denn? Das funktioniert nicht. Ich hab hier keinen Strahlen. Ja, ich bin doch schon dran. Ja, was ist denn damit? Das zeigt mir hier so viele Sachen an, aber irgendwie... So, Leica, komm her. Leica. Komm her. Komm her. Also hier, wo er das Bravo hinmacht. Da muss es hin. So. Endlich. Jetzt. Okay, wie geht das? Hier. Rauf da. Los. Brille. Sehr schön. Immer auf Kehle. Pass. Ach so. Hast du schön gemacht. Danke für all deine Hilfe. Ich weiß, dass du dein Zuhause nicht ständig... Komm her. Du bleibst hier. Ja, komm. Und das ist, wie du weißt, meine Größte. Oh, es hat Sitz gemacht. Was? Okay, komm her. Willst du was zu essen? Ich hab leider nichts. Brille. Brille. Oh, macht das Ding super. So, Sitz. Leica, bleib. Sitz. Ach, weißt du was? Leica, komm her. Komm. Komm, wir gehen spazieren. Ich würde heute Morgen gerne mal nach der Farm sehen. Seit irgendwann gestern Nacht erhalte ich kein Signal mehr vom Cobot. Okay. Jetzt soll doch nicht das Essen ausgehen. Komm. Hierher. Komm, Leica. Komm, bei Fuß. Oh, Leute, jetzt sogar ohne Witz. Was macht ihr, wenn ihr so ein süßes Ding hättet als Haustier? Ach, das ist doch wunderschön. Leica, komm. Hey, komm. Was ist denn los? Sehr schön. Wir müssen jetzt erstmal weiter. Brille. Nein, nicht brille. Oh, dreckige Dibelle. Komm. Komm, wir müssen weiter. Boah, sieht das geil aus. Ja, das Spiel macht Spaß. Wirklich, Leute. Das Spiel macht Spaß. Da können wir höchstwahrscheinlich hoch. Kann das sein? Ach, du bist noch da. Okay. Alter, sieht das geil aus. Und ihr müsst euch vorstellen, ich spiele das mit der VR-Brille. Was meint, wie geil das aussieht? Das hat doch so eine geile Grafik. Oh, ho, 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 ho. Leica, kommst du? Danke. Oh, nein. Ein weiteres völlig intaktes DSF-Ausrüstungsverteil ruiniert. War das etwa dein Tier? Nein. Lass sie in Ruhe, Hex. Hier ist deine Weise. Ist so. Du hast recht. Das war mein... Leica, warst du das? Nein, meine ich doch. Warum hauen die denn ab? Das würde ich jetzt mal gucken, Leica mitkommen. Ach, Quatsch. Wow. Das war eine fette Eltigse. Es gibt Leben Hex und es gibt Überleben. Die Kapsel hat nicht einmal eine Dusche. Gut, aber du kannst jederzeit umkehren. Wer kann ich das Ding denn untersuchen? Diese Eltigse ist definitiv gefährlich. Das ist eine fette Raupe. Komm mal hier. Komm mal hier, was zu essen. Komm her. So, wir gehen hier rein. Okay. Keine Ahnung, warum da Teer dran ist oder was das war. Oh, wir gehen zuerst hier rein. Hörst du das? Hörst du das, meine Süße? Ich glaube, das ist ein größeres Geschöpf. Hätte ich was zu essen, würde ich sie geben. Schade. Ey, weg mit dir. Oh, da ist jemand gestorben. Da liegt was. Da liegt was. Aber ich kann es irgendwie nicht hochheben. Also mit der Steuerung muss ich noch klarkommen. Also das ist safe. Guck mal, bewegen haben wir hier. Pause-Menü. So, Leica interagieren, drehen, Objekte schweben lassen und scan. Okay. Habe ich verstanden? Oh. So, Fortschritt. Mal gucken, wie viel haben wir da? Okay. Fahrsachen, denke ich mal, haben wir. Aber es fehlen noch einige. Naja. Meine Freunde, dann würde ich sagen, das war es auf jeden Fall mit dieser Folge. Mit unseren kleinen Leica. Oh, das ist so ein süßes Ding. Komm, brüll doch mal für uns. Für unsere Freunde. Leica? Komm, brüll. Ja, sehr schön. So, meine Freunde, falls es euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ich denke mal, mit Robertson Journey werden wir auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Spaß haben. Und vor allem, oh nein, Gesundheit, weil das halt so so wunderschön aussieht, ne? So. Möchtest du sonst noch irgendwas sagen? Komm, brüll nochmal. Brüll. Brüll. Sehr schön. Macht's gut, Leute. Brüll. Möchtest du dich, sagen? Ja.